Leute, Leute! Spielen bei du nicht alle fresh eine neue Folge Minecraft Hide and Seek zusammen gegen Benzon Heimer. Wir müssen als erstes entscheiden, wer hier wer ist. Aber guck mal, Team Grün ist Heider und Team Rot ist Seeker. Dann bin ich Team Rot. Okili dokeli, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal hier in die Map-Auswahl. Wir können uns hier eine Map auswählen, das ist richtig nice. Kommen Sie mal her, können Sie rausgucken. Ich soll auch? Ja. Hallo! Wir können uns jetzt eine Map aussuchen. Ich würde einfach sagen, wir gehen ganz easy nach der Chronologie. Und Timer 5 Minuten. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Und es geht los, Leute! Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass es heute ein ganz normales Hide and Seek wird, oder? Ich habe alle Maps mit Geisterblöcken verfeinert und somit für Stärke geschaffen, die Ben in 364.824 Jahren nicht finden würde. Lol. Lasst ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los. Oha! Ich habe 60 Sekunden, um mich zu verstecken. Okay, cool. Dann verstecke ich mich. Wo verstecke ich mich denn am besten? Ah, ich glaube, ich verstecke mich am besten hier. Hier ist ein gutes Versteck. Ich habe einen Pfeil im Inventar. Ich habe gewonnen. Ich habe Krieg einen Kuchen. Ich habe das Jump'n'Run gemacht. Ah, so nice. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. So ist ein Binderoni. Ich glaube, wir müssen sneaken, damit wir hundertprozentig versteckt sind. Wir haben noch mega viel Zeit, aber ich glaube, ich habe schon ein saugutes Versteck gefunden. Boah, das hast du so schnell gefunden. Das kann nichts taugen. Doch, doch. Wenn du es schnell gefunden hast, finde ich es auch schnell. Ne, ne, das glaube ich nicht, Ben. Das glaube ich nicht. Eigentlich ist jedes Versteck, was man nimmt, ja schlecht, weil man hat es ja selbst gefunden. Ja, das stimmt. Das ist eine Weisheit von Ben Sonheimer. Auch philosophisch ein bisschen. Ja, stimmt. Zehn Sekunden. Kommt der Sieger hier rein? Vier, fünf, drei, zwei, eins. Let's go. Okay, 276 Sekunden. Das habe ich jedes Mal, wenn die Sekunde tickt, so ein Sound. Ich auch, Alter. Das ist übernervig. Mega nervig. Fünf Minuten finde ich extrem lang, muss ich sagen. Extrem lang. Ja. Die Map ist ja voll klein eigentlich. Na, die ist schon groß. Das täuscht. Man hat viele verwinkelte Ecken. Zum Beispiel gerade im Labyrinth unter einem Haus. Uh. Das ist überkrass, das Labyrinth, hä? Ich brauche alleine Minute, um das hier durchzugucken. Ich habe jetzt aber nichts gesehen. Also hoffen wir mal, dass du da nicht drin bist, hä? Magophonie. So, wo könnte es denn noch sein? Hier in dieser Bastion. Dieser Sebastian. Hä? Da ist er nicht. Da ist er nicht. Schau, hä. Boah, gibt es überkrasse Verstecke, Elina. Das ist eine richtig krasse Altenzigner. Ich habe eins davon. Allein in dieser Bastion gab es 20 Dinge. Ich habe da jetzt auch nicht alles gecheckt, ey. Gar keine Zeit dafür. Unter den Knochen, maybe. Schießt du mich? Ja, ja. Ich habe einen Bogen, mit dem ich dich blenden kann. Oh, das juckt mich aber jetzt im Finger. Bist du hier? Ein Baum. Bist du ein Baum? Nee. Nee? 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 Mucki, gehen Sie von der Tastatur weg? Oh, Mucki, stört ihr das Heil-and-Seek-Battle zwischen den beiden? Keine Zeit hier gerade. Ich muss suchen. Hey, wo bist du denn? Ich habe jetzt eigentlich wirklich alles abgesucht. Ich habe noch anderthalb Minuten. Boah, du siehst mich ja auch. Gleich die letzte Minute. Boah, da bin ich jetzt in meinem Latein am Ende. Ich habe alles abgesucht. Also klar, jetzt nicht jede Ecke, aber ich war überall mal. Wo war ich noch nicht? In den Bäumen war ich, in der Bestchen war ich. Hier war ich, knochenweich. Ah, da war ich noch nicht. Oh, 50 Sekunden noch. Hier war ich noch nicht. Aber hier bist du auch nicht, ey. Aber wieso so mäßig? Also ich bin ein Sprungverkack, der Idiot. Ah, da könntest du sein. Ah, da würdest du mich nicht sehen. Aber das ist die einzige Stelle, die ich jetzt noch im Auge habe. Mann, ich schaffe die Sprünge nicht. Oh, oh. Siehst du mich jetzt gerade? Mhm. Dann weiß ich nicht, ob das stimmt. Denk, du lügst mir nicht. Doch, ich sehe nicht, wie du da diesen Basaltbaum hochspringst. Echt? Mhm. Scheiße. 15 Sekunden noch. Dann wirst du wohl auch nicht unter dem Baum sein. Aber ich gucke sicher, als habe ich trotzdem noch. 15 Sekunden noch. Äh, ich muss ja sehr nah an dir dran gewesen sein. Dann bist du doch in der Bestchen. Ah! Oder? Ah, nein! Hä, wo denn? Ich war da in so einer Obsidian-Ecke. Hä? Ja. Oh Mann, ey. Die hast du die ganze Zeit nicht abgecheckt aus irgendeinem Grund. Schade, Ben. Ja, ich verstecke aber nämlich die härteste ganz hinten. Echt? Hä, soll ich? Darf ich? Nee. Guck mal, Nachbarschaft. Das klingt doch sympathisch. Mhm. Was haben wir denn hier noch? Neon City, großes Land, Himmel, End. Nimm den Himmel. Wow! Ah, einfach das Endübersprung. Ah, ich habe jetzt schon direkt, oh. Ja, ja, ja. Okay, ich habe hier auch einen Jump'n'Roni. Ich habe hier noch einen Jump'n'Roni schaffen. Hä, bin ich blöde? Als ob ich da nicht springe. Und es geht los. Okay, Himmel. Hier kann ich schon mal rein. Ich habe safe verloren. Oh, 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 oh. Okay, hier sind Stühle. Stehen hier rum. Zack. Hier ist so eine... Ah, hier ist nix. Aber die sind auch gute Verstecke, würde ich sagen. Die sind nicht schlecht. Ups, da sind wir runtergedroppt. Oh, Ben. Weiß ich jetzt nicht. Schaffst du den Sprung? Ey! Mann, das war übelste Kack-Map. Ich will noch mal. Oha, okay. Aber andere nicht. Mach noch mal, mach noch mal. Ganz härteste, ganz hin. Ben macht jetzt die ganz härteste. Jetzt bist du ja Seeker. Achso, nicht stimmt. Ja, ja, ich bin Seeker. Du wolltest ja eine Revanke. Nachbarschaft. Ich wollte sie von Anfang an nehmen. Die Nachbarschaft. Ben geht in die Nachbarschaft. Nachbarschaftswache. Okay, und es geht los. Okay, hier ist ein schöner Briefkasten. Hier oben könnte man rauf, aber man braucht, glaube ich, einen Jump'n'Run dafür. Was geht es dafür? Was kriege ich, wenn du mich nicht findest? Kriege ich auch einen Tesla? Gar nichts. Mach mir einen Tesla-Bälle. Gar nichts, Ben. Lina, ich will einen Tesla. Gar nichts. Lüger. Okay, hier kannst du, glaube ich, nicht sein. Nee. Hier bist du nett. Hier bist du nett. So, zack. Wir gehen hier wieder raus. Das hier. Hm, nee. Ah, da gehen wir nicht rein. Okay, was haben wir hier? Wenn ich durch das Glas gucke... Oh mein Gott, wo bin ich denn hier? Ach du Kacke. Wenn man hier durch das Glas guckt, dann wird man irgendwo hin teleportiert. Ist ja insane. Ups. What the heck? Ich bin out of map. Warte kurz. Ich muss mich ganz kurz zurück machen. Ich bin out of map gefallen einfach. Ganz kurz mich gucken, ne? Nein, ich hab nicht geguckt. Ich hab wirklich nicht geguckt. Da war ein Loch. Ganz kurz ein Spectator mal durch die Map fliegen. Nein, ich hab dich nicht gesehen. Für den Tesla wird ja auch jede Regel ausgehebelt. Ben, ich hab dich nicht gesehen. Ich schwör. Das wäre gerade echt lustig. Würde ich auf dich zurellen. Glaube ich auf dich zu? Nina, ich bin wirklich... Ich lass mich das sagen. Ich bin unfindbar. Unfindbar? Ja. Also ich bin schon findbar, aber du wirst mich nicht finden. Echt? Ups. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier wieder? Mein Gott. Oh Gott, da muss ich ja wieder in den Creative-Modus und den Block abbauen. Nein, 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 nein. Da muss ich mich zu Ben teleportieren ganz schnell. Kann ich mich kurz zu dir tepfen? Sonst will ich hier nicht mehr raus. Oh nein, ich bin unter Wasser. Ja, jetzt muss ich wieder in den Clash was. Ach Mist. Drei Minuten. Ne, warte, wie? Drei Minuten. Ne, das stimmt ja von hinten nicht. Ja, das weiß ich nicht. Das sind Sekunden. Dreieinhalb Minuten. Ah. Boah. Alter, so ein Kratzversteck habe ich hier gerade gefunden. Oh, das ist ja insane. Oh, du hast den Bogen bekommen. Ach, den werde ich gar nicht benutzen. So brauche ich denn das. Ich nehme ihm mal die Hand. Sicher, sicher. Hier ist so ein Wald. Gebt dir einen Tipp. Ja. Du wirst mich nicht finden. Dankeschön. Gebt dir keinen Tipp. Hier unter der Straße, maybe? Ne, unter der Straße ist er nicht. Das ist jetzt blöd, du. 100 Sekunden, Elina, nur noch. Kacke, kacke, kacke. Die Zeit entrinnt dir. Ich glaube, du musst irgendwo da oben sein oder hier. Hier so. Ne, hier. Oha. Oha. Oh, ne, der ist hier nicht. Aber ich dachte, ich hätte ja was mega krasses gefunden. Oh, hier vielleicht. Oh, ja. Oh, das ist ein krankes Versteck. Aber hier ist, oh, warte. Hier können wir vielleicht noch. Junge, ich habe so ein krasses Versteck gefunden, Ben. Aber hier bist du einfach nicht. Eine Minute. Eine Minute nur noch. Ich zeige dir. Also solltest du mich, also du kannst mich ja natürlich noch finden. Solltest du mich nicht finden, dann zeige ich dir, wo ich war. Okay, okay. Oh, das bleibt im Spectator. Natürlich ärgerlich, wenn ich jetzt so gefunden wäre, indem ich hier hochgepokert habe. Ja, ja. Das stimmt. Ne, 25 Sekunden sind es nur noch hier. Ne, der ist hier nicht. Oh, hier oben. Da kann man doch ein krasses Jump'n'Run machen. Acht Sekunden. Na, safe bist du oben. Du bist oben, oder? Drei, zwei, eins, ne. Ne. Oh, wo warst du? Ich war noch auf dich in der Mitte. Okay. Okay, okay, wo bist du? Guten Tag, Elena. Ich sitze hier auf meinem Stuhl. Moin, Benson. Wo war dein Versteck? Also, ich bin, ich muss das mal selbst finden. Ich bin, genau, ich bin hier. Ich bin hier lang. Aha. Dann bin ich hier hoch im Haus. Ja. Dann ist das ein bisschen tricky mit Sneaken. Warst du hier? Ne, ich war zu dumm, hier zu sneaken. So, und hier muss man, und jetzt hier, da habe ich diesen gemacht. Oh mein Gott. Okay, ich habe es gerade nicht geschafft, aber auf jeden Fall kam. Und da habe ich auf halber Höhe auf dieser Leite gesneakt. Nein. Oh Gott, wie blöd. Das ist ein geiles Versteck, ne? Ja, das ist ein krasses Versteck. Aber hab dich gefunden. Ey. Ich wähle als Map, was nehme ich denn, was nehme ich denn? Giant Land, Neon City. Ich glaube, ich nehme die End City. Let's go, let's go. Wir nehmen die End City. Wir gehen los in der Hose. Auf los geht's los. Okay, so. Hier müssen wir... Ich hoffe, ich finde hier mein Versteck. Oh ja. Das ist gemütlich hier, das Versteck. Das ist gut. Habe ich hier vielleicht noch ein besseres Versteck? Mal gucken, Ratschen. 30 Sekunden noch. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Oh ja. Ich habe es geschafft. Ja, ich würde sagen, ich bin Verstecker. Die Map ist nicht ganz so easy, aber... Also ist nicht ganz so easy für mich, sage ich jetzt. Weil die Verstecke hier, die sind ein bisschen mau. 10 Sekunden, dann wird Ben losgelassen. Go. Es geht los. Oh, das habe ich gesehen, Ben. Peinlich, peinlich, peinlich. Das ist ein Scherreichpunkt gewesen. Das habe ich gesehen. Da war mir direkt klar, dass du da nicht bist. Vielleicht ja doch. Vielleicht habe ich meine krassen Jump'n'Roni-Skills jetzt gerade ausgepackt. Okay, du hast natürlich genug Zeit, das mehrmals zu probieren. Ja, ja, ja. Wie funktionieren diese Blöcke hier? Also eigentlich wird man teleportiert, wenn man da rauf geht. Aber uneigentlich funktioniert es irgendwie bei dir nicht und bei mir schon. Aber brauche ich den, um dich zu finden? Nö. Wie komme ich denn wieder zurück? Weiß ich nicht. Ist doch noch gefallen. Nur noch 227 Sekunden. Das ist genug, Elina. Alter, wie du deine Tastatur hier, wie du darauf breakdanced. Ich habe das gerade richtig gehört. Wir haben ein heftiges Jump'n'Run gemacht. Okay, hier muss irgendwo ja sein, wo du mich gesehen hast. Ah, ich denke, auf dem Dach bist du. Oh, oh, oh. Nee. Man kann ja gar nicht aufs Dach. Hä, bin ich denn jetzt? Ah, das ist ein Versteck, aber... Da bist du auch nicht, ne? Nee, du. Wo könnte ich hier stecken? Vielleicht hast du das doch... Warte mal, ich habe noch eine Idee. Vielleicht habe ich es doch geschafft. Nee, 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 nee. Du bist hier... Verdammt. Naja, so viele Sterne gibt es jetzt ja auch nicht mehr, ne? Nee, nee, nee. Ich frage mich auch, warum du mich noch nicht gefunden hast. Aber naja. Das kämpfst du hier unten irgendwo. Gibt es halt überall. Oh, da habe ich jetzt den Stun-Bogen bekommen. Oh, ja, cool. Das verbringt nix. Hä, klar. Damit kann ich dich blenden. Ja, boah, wenn ich so nah an dir dran bin, dass du das brauchst, ist eh zu spät. Nö. Ach so. Du bist unten einfach auf dumm, aber... Ja, seht ihr, Leute, wie er da jetzt das Jump'n'Run macht und mich nicht findet. Und jetzt, glaube ich, sogar verkackt hat oder so. Ey, du hast gar nix verkackt. Du hast verkackt, weil ich dich jetzt finden werde. Okay, dann mache ich doch mal das Jump'n'Run, ey. Du bist jetzt nämlich nicht, wo du sonst sein sollst. Viel Spaß, Sven. Hast du... Aber das war ein arschschwerer Sprung. Das hast du jetzt echt nicht gemacht. Das war ein um die Ecke Leiter, aber mit einem Block Abstand. Oh! Oh, schafft er den jetzt? Schafft er ihn jetzt? Ich glaube... Ui, hat er geschafft. Oh, oh! Ja, hast du nicht geschafft. Hab ich dir doch gedacht. Der war zu schwer. Du hast Leiter Sprünge. Wo könntest du noch sein? Ich hab doch alles abgesucht. Mir läuft die Nase so lustig, finde ich das. Hast du so einen offensichtlichen Heimer? Ah, hier, 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 hier. Ich weiß noch nicht. Auch nicht. Eine halbe Minute noch. Oje, oje, Benson. Wenn du mich da springeln siehst, kannst du jetzt auch nicht überall sein. Boah. Ich hab keine Ahnung, du bist. Oh. Das wäre auch die Möglichkeit. Verdammt. Ich hab den Pfeil sogar noch geschossen, Ben. Hä, wo warst denn du? Ich war bei dem einen Turm, da ging's runter. Versteh ich nicht. Okay, dann machen wir noch ein Hündchen, oder? Hier, ich bin Zika und du darfst einfach aussuchen. Und es geht los, Giant Land. Oh, cool. Das sieht wirklich krass aus. Könnte aber sein, dass ich dich nicht finde. Kannst du ja haben. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Hier, unterm Bett vielleicht. Hast du dich unterm Bett versteckt? Da war ich auf jeden Fall. Nee, nee, nee. Das wäre das Erste gewesen, was ich durchsucht hätte. Okay, wir müssen ein bisschen, ein bisschen schlauer denken. So, hier geht's hoch, hier geht's runter. Dann gehen wir mal hier rein. Oh, Labyrinth. Darin ist Ben ja Profi. Aber hier ist er auch nicht. Ich glaube, das Haus ist... Oha, ich dachte, hier geht's raus. Nee, hier ist noch sowas. Ist er da? Nee. Im Haus... Ah, ist er, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir müssen raus aus dem Haus. Und wir müssen mal draußen irgendwo gucken, wo er ist. Ups, hier bin ich runtergefallen. Na ja, guck mal, wer ist da draußen, Edina? So, ähm, im Garten mal gucken. Ben hat doch immer so einen grünen Daumen. Das heißt, ihr könnt ja hier im Garten rummuhören. Och, was Bonsai-Bäume angeht, aber nicht, du. Bonsai-Bäume? Die sind kritisch. Hast du den gerippt, oder was? Die sind beide gerippt. Oh nein, Ben. Ja, weil den einen hat Mucki gerippt, muss man fairerweise sagen. Ja, die Katze ist schuld. Ja, der war rip, ist dann aber back gekommen. Oha. Hatte komplett neuen, also so ein Stängel. Stängel, ne? Full green. Ich will es jetzt nicht astnen. Dann hat Mucki angefangen, mit dem zu schmusen immer. Und dann ist das Ding mal abgebrochen und der war tot. Schade. Ich hab die schon voll lange gesehen. Echt? Ich wusste einfach nicht, wie ich da hinkomme. Ich hab die eine Leiter nicht gesehen. Das war das einzige brauchbare Versteck auf der Kackweb. Ich hab darauf gehofft, dass du den Jump nicht schaffst. Ja, ich dachte auch gerade. Ich war ein bisschen am Verzweifeln. Tja, Ben, dann hab ich das easy gewonnen. Oder, warte mal kurz. Folg mir mal kurz, Ben. So, und dann setz mal hier diese Gläser hier auf. So, jetzt setzen wir die Brille auf. Ich hab die Secret-Rooms-Mod verwendet. Alter, ich Idiot. Ich hab die sogar noch in der Mod-Liste gesehen. Ich hab gar nicht drüber nachgedacht. Weil du dauernd 30 Mods hast, die wir gar nicht benutzen. Doch, wir brauchten hier Deko-Mods. Siehst du, wie ich das dekoriert habe am Anfang? Ich hab mich schon gewundert, warum die eine Map einen Tisch hat. Aber ich dachte mir, ja, das ist schon so. Ja, hier, guck, hier hab ich das dekoriert. Hier sind solche komischen Eisendinger. Ja, 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 ja. Da hab ich mich auch gewundert. Das war eine Idee von dem Stream-Chat. Leute, ich hoffe, euch hat der kleine Prank gefallen. Falls ihr alle, lasst mir einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Haut rein. Tschüss.